Musik Schönen guten Morgen aus Tallinn, der Hauptstadt in Island. Hier braucht man nicht wirklich Busse oder andere Transportmittel. Die Innenstadt und das historische Zentrum sind relativ überschaubar. Niedlich ist es, sauber ist es und wir machen einen kleinen Spaziergang. Musik 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 Talinn hat eigentlich alles. Etwas Altertümliches, etwas Neues und Modernes, ganz viele Anklänge aus Skandinavien, aber auch der russische Einfluss ist hier ganz deutlich sichtbar. Musik Musik Und natürlich geht es wieder hoch hinaus, diesmal auf den Tower der Domkirche von Tann. Musik Musik Es sind ein paar Stufen, 142 Stufen, um genau zu sein. Musik Musik Und das Schöne ist, wo man raufgegangen ist, geht es danach auch wieder runter. Musik 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 Wir verabschieden uns aus der Hauptstadt Estlands.